Wir, Pfarrer Gregor Hohberg, Iman Osman Oers und ich, Andreas Nachamer, wir sind vom House of One und begrüßen Menschen aus aller Welt und in aller Welt zu einem gemeinsamen Gebet. Am Donnerstag, dem 14. Mai um 14 Uhr, ist Livestream über unsere Website www.houseofone.org. Die Corona-Krise zeigt, dass alle Menschen verletzlich sind. Darum sind wir froh, dass das Higher Committee of Human Fraternity zu einem weltweiten Gebet eingeladen hat, dem wir uns gerne zusammen anschließen. Am Donnerstag, dem 14. Mai um 2 Uhr, werden wir die Begegnung der Höhe der Höhe der Gemeinschaft der Human Fraternity. Ihr könnt die Höhe der Höhe auf unserer Website www.houseofone.org.